Für mich hat der Digital Turn ganz stark etwas damit zu tun, mit einem mentalen Wandel, mit einem Change im Mindset. Denn was wir gerade erleben, ist tatsächlich ein unglaublicher Paradigmenwechsel. Alles, was früher analog war, wird digital. Und wir müssen ganz schnell im Kopf die nötigen Muster erzeugen und den nötigen Modus erzeugen, damit wir damit klarkommen und nicht krank werden.